Also schön dranbleiben, Leute! Scheiße! Auf'n Death ist mir auch schon mal was drin. Okay, Pitschloch. Also schön dranbleiben, Leute! Das ist das aber gewohnt, wie passiert das oft da? Denn wir sind der größte Arzt der Welt! What? Turk und Janine! Ihr Frau hat Krebs! ZOMBIE-KREBS! Ey, geil! Wie cool wäre es, wenn ihr ständig kacken gehen würdet! Wir müssen aufpassen! Soll nicht die Marse haben wir... Du hast nämlich die Marse bekommen! Oh Gott! Du kennst das aber nicht! Du kennst das gar nicht! Ach ja! Du kennst das gar nicht! Joss! Hier, take this! Jumpy! 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 Upbox! Das ist ja okay, aus der Werbung! Das Level? Mhm! Stimmt! Das ist so schlimm! Dieser Teemo-Dingster! Ich schicke ihn locker in die Tasche! Fuck you! Scheiße! Ah, du kennst das nicht mehr! Ja, du kennst das nicht mehr! Fuck! Das war doch das letzte mit diesem... Wo wir geredet haben über Herrn Reismann! Er ist nochmal ein Lehrer! Boah! Ich werde dir das mal erzählen, das war so geil! Ich vergesse, wir füßen unsere Fans! Ich vergesse, wir füßen unsere Fans! Ich vergesse, Roast Weismann, eine meiner Legende! Eine meiner Legende! Fuck! Ich denke, du hast runtergefallen! Roast is your soul! Scheiße! Er ist hyperventilatend! Weil du sah Goomba! Goomba! Oh nein! Mini Bowser! Ich vergesse! Ich vergesse! Ich vergesse! Kann man nochmal Stunts machen? Mit Schornkreuz! Oh! Jetzt weiß ich warum das immer nicht geht! Take Banana! Oh fuck! Ich hab mich selber mit Bananen abgeschmissen! Ich hab Bananen abgeschmissen und da war eine Klimpe im Weg! Eine Klimpe? Eine Klippe! Ich hab eine Klippe nicht wirklich! Ich hab Klippe verstanden! Ich hab nicht verstanden! Eine Klippe! Was? Eine Klippe? Eine Klippe! Da war eine Klippe im Weg! Da hat jemand geraucht! Da war eine Klippe im Weg! Ike war da! Hat gesagt Rauchen! Ich seh! Du meinst du Snake? Snake ist doch der Coole, der beim Laden immer raucht! Snake? Ja! Wenn das Spiel runter ist, also auf der PS3, ne? Dann raucht währenddessen Solid Snake beim Loading Screen! Okay! Ich seh! Ich! Solid Snake ist aber eine Coole! Ich seh ist runtergefallen! Nein, Dante! Nein! Dante bleibt immer noch der King! Ja! Dante ist ein anderes Wort für Cool! Also mal ehrlich! Dante ist die Verkörperung von Cool! Sehr gut! Das hast du sehr schön gesagt! Genauso wie Hark'em Browning! Hark'em Browning! Hark'em Browning war's auch! Ja, der war auch genau! Sag mal, lässt ihr mich jetzt auch mal mit einem verkackten Panzer in Ruhe? No, he don't! Ich hab euch endlich eingeholzt! Hier, hier überholt! Auf was schrub! I suck at this hot place! Na! Das ist close! Und du bist gross! Du äg shit! BAM! Nein! Das geht nicht! Haha! Ich bin erster! Nein! Das geht jetzt los, ey! Also mal an alle! Sith spielen heute zum ersten Mal Mario Kart Wii! Das rockt! Okay! Auch nicht vergessen! Ich bin ne Gamerlegende! Ich bin auch das erste Mal seit sieben Wochen wieder! Wir werden hier wissen, was er alles durchspielt, ey! God! So'n Freak! Der kommt von der Arbeit nach Hause und sagt, jetzt muss ich da denn! Okay! Er ist mein Vorbild! Mein Vorbild wird dadurch ruiniert, dass ich Hausaufgaben machen muss! Ja, das stimmt! Seit fünf Jahren brauche ich Spiele durch, ey! Elfte Klasse, zack! Also mit fünf Jahren meine ich damit! Sehr gut! Seit sechs Jahren! Ich sei dich nicht erinnern kann! Seit wann kannst du dich nicht erinnern? Seit wann kannst du dich erinnern? Sogar keine Ahnung! Ich kann mich mit vier Jahren erinnern! Ich kann mich mit vier Jahren erinnern! Ich glaube nicht! Ich habe einen Maschrum! Auch in dem DAS-Level, oder? Okay! Ich kenne dich! Ich kenne dich! Ich kenne dich! Das war krass! Oh Gott! Das war krass! Ach! Da waren wir hier, wo ich geredet habe über diesen Sonder! If you believe it! Wo wir dann gesagt haben... Ey, das haben wir hier! Ich kenne dich! So scheiße, ey! Sorry, son! That had to be... Ich habe den schönen Vater überhaupt! Dein Vater will dir nur zeigen, wie du es richtig machen musst! Sein Vater ist Ziff! Und zwar Darth Vader! Alles nix außer mir! Oh no! Meine Mutter ist mein Vater! Der ist nicht voll am laufenden Band, ey! Selten ein Schätze müsste! Was ist denn? Es gibt nur einen Nachteil! Das Selberdissen ist in Deutschland verboten! Ach was? Ja! Es gibt ein neues Gesetz! Das hat sich Frau Merkel eingeführt, damit sie es selber nicht immer kaputt machen kann! Ach so! Gibt aber irgendwie Sinn, wenn man so darüber nachdenkt! Irgendwie! Das Selberdissen ist nämlich strafbar geworden! Wuhu! Ehrlich? Ja! 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 Ich labere nicht! Aua! Ich habe mir die deutschen Gesetze durchgelesen! Ja! Ach du kannst lesen? Nein! Aber ich habe es kurz gemacht, weil da schöne, viele bunte Bildchen drin sind! Im Gesetzbuch stehen Bildchen? Ja! Von irgendwelchen braunen Leuten! Ah! Die braunen Leute! Ja, ja, ja! Von Sega! Mega! Mega! Haha! Haha! Das gehört sich nicht! Das ist dein Schöne, die gebe ich jetzt schon für! Das hast du vorher gesehen! Ich weiß! Als das keiner gehört hat! Gott sei Dank bin ich ein kleiner Rassist! Wolltch war ein Maschroof! Das ist ein fucking live! Das stimmt! Ich bin selber Ausländer! Ich auch! Ich nicht! Ich bin kein Ausländer, aber ich habe eine autonische Freundin! Ich eigentlich auch! Ah! Gott, sag mal! Was? Sag mal? Was soll ich dir sagen? Okay, wer ist hier dieser Friedman mit dem roten Panzer? Dann gibt's hier nur einen, nimmst du! Du Nerd! Ah! Eine Kiste! Rote Panzer passen zum Sit besser als grüne Panzer! Egal wer der erste ist, er wird verrecken! Nein! Wer ist nicht! Tu es nicht! Ich hab schon ge... You bitch! You fucking legging piece of shit! Was? Legging piece of shit? Du dummer Mensch, du! Du dummer Mensch, du! Der geilste Fiss auf der ganzen Welt! Nee! Du kannst wohnen! Wisst ihr eigentlich, was Knack heißt? Nee! Mensch! Ach so! Ja, das stimmt eigentlich! Die Türken fühlen sich beleidigt, wenn man sie Mensch nennt! Gott verdammt! Ich hab gehört, tschüss, dass du auf albanisch irgendwie... Wie? Ja, wie... Wo seid ihr denn alle? Ich hab'n blauen Panzer-Kassiner! Alter, ich bin gerade tschüss! Super tschüss! Okay, ich bin... Ihr zweiter... Wichser! Ich bin erster, seit ne halben Stunde ungefähr! Ich bin erster, seit ne halben Stunde ungefähr! Nicht Luigi, nein! Ja! Und ich hab'n blauen Panzer-Kassiner! Ist ja geil! Ach ja, ShadowSoul wollte sich rechnen wegen der Double-Dash-Niederlage! Also bisher sieht's echt ausgeglichen aus, oder? Noch viel besser als letztes Mal! Ja! Das erste Mal, dass es wirklich ausgeglichen ist! Letztes Mal hat sich immer abgezeichnet, wer verliert! Meine Hände schwitzen jetzt schon! Meine auch! Meine auch! Das ist schlimm! Ich bin Pizza! War aber Blumen oder Panzer? Panzer! Boom! Mieting! GameCube! Peach Peach! Für viele Boxen wie so am meisten! Ja, das ist das Geilste überhaupt! Das müssen wir öfter machen! Samstag nicht ist ein Samstag habe ich wieder frei! Gott sei Dank! Ah, sehr gut! Awesome! Endlich für Samstags frei! Endlich bin ich mal froh, dass der Samstag ein Wochenendtag ist! Was? Das warst du noch nie? Komm, echt! Komm her, Sef! Ich bin dein Windschatten! Ich absorb dein Windschatten! Ja! Oh, Adam, I went back, ass! Fuck! 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 Son! Did you hurt your father? Ja, I do! You are going to die for dead! Du schroffst dir! Du schroffst dir! Du schroffst dir? Und warum hast du gerade meine scheiß Würstchen verbrotten? Du schroffst! Nein! Ey! Du schroffst dir! Und bleib spät! Out of my way, Jackass! Dann würde ich jetzt noch kacken und wegkuck dir bei uns zu! Eeeh! Oh, ding! Out of my way! Ah! GameCube-Level! Re-sass! Oh, du fixest meinen ganzen Items der genommen! Uh, sch37aki. Scheiße! Geh weg von mir! Herah! Geh weg! You are a nerd! Oh... Oh... wife... Oh, nein, 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 nein! Oh, nein, nein, nein! Dieste krackenden ey! Ja, ne! Du meinst, dann beim zweiten und既� idiей auf sich jetzt. Das ist eine sk 내려gie. Uhh есте. 커� priorities. Hmmm... Komm schon, wir schauen es jetzt! Ich sag mal, I'm going to knock down, weil dann wo wir gehen! Oh, yes, 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 yes. Luigi! Ah ja, mein Zechiner! Oh, da ist jemand mit dem Kopfkrieg gesproven mit dem Motorrad. Ja, was war denn? Zechiner! Ich sehe nichts! Unser Bildgewicht! Kamorattack! Scheiß Enter hat es nicht gewiss. Hey, danke, du hast mir das Ding vor meinem Nass umgehauen. Was denn wenn du diese Scheiß Enter hindert? Dann ist ohne Dach für Arme. Oh Gott, ist das geil! Nein, nein, du kannst... No, 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 yes! You fuck, you son of a bitch! Son of a bitch! Ey, aber du bist die Son of a bitch! Entweder du oder ich... Deine Mutter ist Peach! Ja! Knochenbowser hat mit Beach nämlich ihn ergezeugt. Daniel ist das Kind von Knochenbowser. Und Peach! Äh, Peach! Nicht Beach! Kompi, ich bin der Sohn eines Strandes, geil!